Hi, hier ist es mich, hier ist der Samuel. Ich bin heute schon auf der ersten Show, leider viel zu spät gekommen, das ist Valle Verkoutur, die Show läuft gerade hinter mir. Naja, nächstes Mal muss ich halt ein bisschen früher kommen. Ich berichte euch ganz exklusiv Backstage und heute Abend wieder eine Show, die ich selber style. Seid gespannt.